Wir haben Temperaturen von über 30 Grad, da überlegt man sich schon im Hotel, ob man doch in der Badehose kommt. Aber bei mir hat mal wieder der Profi innen drin gewonnen und mir den Anzug angezogen und so stehe ich jetzt hier, da und eben nicht in Badehose. München ist eine sehr lebensfrohe Stadt, eine genussfreudige Stadt und sowas wie ein Filmfest zu einer Jahreszeit, wo die Temperaturen dann auch schon mal über 30 Grad klettern können. Es passt einfach gut zusammen.